Yo Leute und willkommen auf Ghetto TV. Es gibt ein kleines Informationsvideo heute zum Thema Videos und Streams. Es geht ganz schnell nicht viel. Jeden Dienstag und Donnerstag kommt ein Video so gegen 4 Uhr ungefähr. Das haben wir uns jetzt vorgenommen. Das gilt dann ab der Woche hier. Also heute kommt nur dieses Video, aber nächste Woche geht es dann richtig los. Und samstags gegen 7 Uhr abends kommt auch ein Stream von irgendwas, was man halt da gerade spielen will. Ja Leute, das war es schon und damit würde ich sein Haus rein und ciao.